Ich lerne Deutsch. Beispielsätze mit dem Wort eloquent Das Wort eloquent bedeutet, dass jemand in der Lage ist, sich sprachlich gewandt und überzeugend auszudrücken. Das Wort eloquent bedeutet, dass jemand in der Lage ist, sich sprachlich gewandt und überzeugend auszudrücken. Das Wort eloquent bedeutet, dass jemand in der Lage ist, sich sprachlich gewandt und überzeugend auszudrücken. Die Schauspielerin wirkte während des Interviews sehr eloquent und beantwortete jede Frage präzise und souverän. Die Schauspielerin wirkte während des Interviews sehr eloquent und beantwortete jede Frage präzise und souverän. Sie konnte sich klar und sicher ausdrücken. Die Konferenz wurde von einem eloquenten Referenten geleitet, der die Zuhörer in seinen Bann zog. Das Buch ist nicht nur informativ, sondern auch eloquent geschrieben, was die Lektüre besonders angenehm macht. Der Schreibstil ist sprachlich gewandt und einprägsam. Und gib uns bitte ein Like.